moin moin was geht und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal in diesem video sind wir in fortnite unterwegs und zwar werden wir auf dem smartphone bisschen zocken genau wir werden heute erst mal null bauen also den neuen modios testen wenn euch sowas gefällt wenn ihr das feiert dann könnte ich das auch öfters aufnehmen es ist einfacher wie auf der ps4 ich könnte auch theoretisch paar challenges aufnehmen nur bauen arena wie auch immer schreibt gerne mal in die kommentare rein und wie gesagt wenn euch das video gefällt lasst einen daumen da glocke aktivieren abo da lassen und viel spaß so das war somit meine erste runde auf mobile sag ich mal ich weiß die einstellung haben einfach mal so übernommen irgendwann mal werden wir auch alle einstellungen umändern und bleibt auch bis zum ende dran schreibt dann auch in die kommentare rein ob wir da den sieg geholt haben oder nicht ich finde die runde war in ordnung ist es war auf mobile da ist es einfacher also wie gesagt auch gerne mal ein paar vorschläge machen was wir als nächstes machen könnten also also Okay. Okay. Okay.